Musik 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 Speicherpunkt erreicht Ich glaube von da unten sind wir vorhin gekommen, ne? Oder? Ja, da bin ich rüber gesprungen Da unten müsste die Rüstung liegen Na gut, gehen wir erstmal weiter Jetzt sind die Raumschiffe Da komme ich nicht hoch Da komme ich da irgendwo Gucke ich nochmal gerade ein bisschen um Das sieht eigentlich so aus, als könnte man da irgendwie hoch Aber nicht so Wieso Ich habe jetzt auch keine Lust zu testen, ob ich einen Rocket Jump ausführen kann Guck mal, du Sau Wollen wir mit Ich ziehe jetzt die verkackte Drohne hin Ok, aber Raketen werden dadurch nicht aufgeführt Ok, aber Raketen werden dadurch nicht aufgeführt Aber ein Loot Mist Das heißt, wir tun uns hier noch ein bisschen aus Das heißt, wir werden blau 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 Scheiße Verkackt Tadam Da wollte ich den zweiten von oben kriegen Aber da ist noch einer Also eine neue Chance Für die muss ich von höher kommen Das ist schon mal gut zu wissen Das heißt, da kann ich das nicht so machen wie bei den anderen Soldaten Ich hoffe, dass oben drin ist Ich hoffe, dass oben drin ist Ich hoffe, dass oben drin ist Ich weiß, was wir tun Einen Irgendwas Gepuzzelt Ich verstehe es natürlich nicht Ich kann kein Dämonologisch Ich kann kein Dämonologisch Aber ich weiß gar nicht, wie die Sprache davon heißt Dämonisch Dämonologisch ja im hervor verstehst eine kettensäge haben wir schon vor allem brauchen die spritte auch nicht Vega-Eintrag Wie ich das mit den Einträgen mache, kann ich euch noch gar nicht so genau sagen. Ich drücke erstmal hier auf den Knochen. Die zu verhindern, ist nicht nötig. Äh, finde ich doch. Und das ist tatsächlich ein Aufzug? Ja, aber da oben ist zu. Hm. Gut, gehen wir jetzt mal wieder raus. Frage stellt sich jetzt allerdings, wie komme ich hier weiter? Da einfach hochschwingen, ist ja nicht der Fall. Hm? Na, es funktioniert. Ha. Wo? Gehen wir erstmal da hinten weiter. Das müssen wir noch leben und ein bisschen wussten. Hallo? Einer zu Hause? Ah, doch schon war. Sieh mal, die Fässer durch die Gegend treten müssen. Das muss doch nicht sein. Sind doch gefährlich, Jungs. Warte auf, damit. Gut, Haltstation brauche ich nicht. Da geht's weiter. Warte mal hier. Wie ist das? Das ist ein Schrotwinde. Das heißt, man kriegt die Waffen durchaus doppelt. Das heißt, wenn wir eine vergessen haben irgendwo. Kann es passieren, dass wir die irgendwo anders nochmal finden? Ich meine, uns fehlen ja noch drei Waffen. Dann gehörst du mir hier rein. Okay, dann sind wir wieder draußen, dass es noch ein Blutnist. Ich weiß erst, dass jetzt was. Ich freue mich auf ihn, was schieße. Das ist gut. Aua. Ah, heiljö. Oh Gott. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Jetzt habe ich die Sau so ausgeschaltet, verdammt. So wird das nix. So wird das nix mit den Nachbarn. Ich muss die irgendwo kriegen, wo ich dann zum Beispiel so von oben drauf schwenken kann. Ansonsten funktioniert das nicht. Und die Drohne da hinten. Ne, das ist nicht die Drohne. Wo ist die andere Drohne, die ich davon hatte? Da komme ich nix hoch. Jawohl. Moment, okay. Hör auf. Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Achtung. Energie, was du da zerstörst, ist wertvoller, als du dir vorstellen kannst. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Ja, aber du siehst auch, was wir davon haben. Die Hölle ist los. Also ein bisschen was von Zombies. Mit dem komischen Binnestessen. Oh, da geht meine Frames gerade runter. Och nee. Wieso tut ihr das? Wieso tut ihr das? Ihr sollt nicht in die Knie gehen. Dammit. Ja. Wo ist denn ich gekommen? Hier. Ja. 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 Oh, nicht, dass das meine Frames ab und zu so in den Keller gehen. Was ich machen könnte. Hör mal. Die Ente leise mache ich mal komplett aus. Ich stelle jetzt die Grafik ein bisschen runter. Ähm. Es bringt ja nichts, wenn es extrem am Längen ist. Vielleicht reicht das. Ich hoffe einfach. Ah, guck mal, da ist ein Drohner. Fernsehen und Ziel. Erfassungsserbe. Das klingt nach Spaß. Das hol ich mir. Auch wenn wir natürlich nicht so mega viel Munition haben. Aber das Spinn sieht jetzt doch schon deutlich beschissen aus. Tut mir natürlich leid. Aber ansonsten kann ich euch da echt nicht flüssig zeigen. Bissiert gar nichts. Ja, komm mal hoch. Komm mal hoch, wir krabbeln. Nein, da waren wir auch noch nicht. Da kommen wir nicht rein. Hier ist Mund. Geheimnis entdeckt. Schau mal rein an. Okay, vermute. Da haben wir irgendwo einen Hebel. Oder da ist wieder so eine sexy Tür. Gut, nun ist es jetzt natürlich voll. So nicht. Ist mir egal, ob ich sterbe. Super Schrofflite. Eine doppelläufige. Okay. Hat sich gelohnt, darunter zu springen, würde ich sagen. Wo ich da wohnt hinlaufen könnte. Oh, bin mal gespannt, wie die... Dämonischer Vorstoß entdeckt. Ja, ja. Zack. Ach du Scheiße, es ist ein Single-Tap. Okay. Auf jeden Fall ist sie deutlich stärker. Auch dafür aber halt auch ein bisschen länger, ne? Ja. Noch leben. Viel leben. Kommen wir hier hin? Kommen wir da hoch. Maske. Nicht weglaufen. Was ist denn? Oh, oh, oh. Es leuchtet. Ich will es haben. Hasten. So, ne? Nein. 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 Ich sehe nicht nur irgendwo einen Höllenritter. Okay, der Hasten-Modus gefällt mir absolut nicht. Ich sehe nicht. Nein. Ich sehe nicht. Nicht weg. Untertitelung des ZDF, 2020